Ich begrüße euch und möchte euch auch nicht langweilen und gleich mal hier nach vorn weisen. Wer Politik und Medien noch vertraut, denen hat man das Gehirn geklaut. Ich denke, jeder hat heute schon mitbekommen, sobald er das Radio anmacht und sich die allgemeinen Medien reinzieht, ein Loblied auf unser unabhängiges Gericht, das nun entschieden hat, dass die AfD, und hier steht die AfD, rechtsgesinnt ist und von da an von Haltenbang seinen Schlapp hüten, ganz genau, dass man ihnen unter die Bettdecke schauen darf. Und Cäsar ist so überglücklich, dass nun ein unabhängiges Gericht, ich denke, haben wir in Deutschland abhängige Gerichte. Warum sagt man das? Weil ganz einfach unsere Gerichte nicht mehr unabhängig sind, sondern durchdrungen von links, Grünen. Denn das, was damals in den 60er Jahren gesagt worden ist, wir müssen die Institutionen durchwandern, damit zum Schluss das rauskommt, wo wir jetzt hier stehen. Und vor 75 Jahren ist das Grundgesetz in die Welt getragen worden. Und Karl Jasper hat wenige Jahre später, in den 60er Jahren, Karl Jasper, ein Philosoph, ein Beitrag gebracht, wo er sehr angefeindet worden ist, vorhin treibt die BAD, und da schreibt Jasper, Anfang der 60er Jahre. Der Bevölkerung, der Bundesrepublik geht es wirtschaftlich so gut wie noch nie, mit Ausnahme der schlecht weggekommenen, von denen man selten spricht. Es herrscht eine Zufriedenheit im Eifer des Lebensgenusses bei ständig geringerer, werdender Arbeitszeit und Vermehrung der Konsumgüter, der Reisemöglichkeit und Vergnügen. Trotzdem gibt es eine Unruhe. Ist dies Leben auch sicher? Man fürchtet. Die Denkenden sehen die politische Faktizität mit Sorgen. Wohin treiben wir? Die Demokratie der Bundesrepublik wandelt sich vor unseren Augen. Wenige Jahre nach dem Krieg, wenige Jahre nachdem das Grundgesetz des Lebens gerufen worden ist. Es werden Wege beschritten, an deren Ende es weder eine Demokratie noch einen freien Bürger geben würde. Vielleicht ohne, dass die, die sie kennen, dieses Ende wollen. Diese Wege sind nicht unausweichlich, aber nur ein zur Freiheit drängendes, seiner selbst darin bewusstes Volk, kann die Demokratie in freier, republikanischer Verfassung, die bisher nur eine Chance ist, verwirklichen. Und Jahre später, damals war es noch möglich, 2017, stand wohl im Spiegel, diesbezüglich die Parteien, die keineswegs der Staat sein sollten, machen sich entzogen dem Volksleben selber zum Staat. Der Staat, das sind die Parteien. Die Staatsführung liegt in den Händen der Partei-Oligarchie. Sie usurpiert den Staat. Nur ein System dafür, dass die Parteien, statt dem Staat zu dienen, selbst die Staatsherrschaften ergreifen, sich mit dem Staat identifizieren, ist das in der Bundesrepublik erst später aufgetretene Phänomen der Parteienfinanzierung durch den Staat. Die Parteien zeigen damit an, dass die Staatskasse ihre Kasse ist, die Steuergelder etwas, worüber sie nicht nur für Staatszwecke, sondern auch für dich selbst durch Parlamentsbeschluss verfügen. Partei-Oligarchie heißt Verachtung des Volkes. Sie neigt dazu, dem Volke Informationen vorzuenthalten. Man will es lieber dumm sein lassen. Ja, und noch eins, was haben wir eigentlich gegen rechts? Da habe ich ein wunderschönes Zitat gefunden. Rechte streben vielmehr nach Selbstbehauptung, um die eigene persönliche und ethnische Identität zu wahren, in einer manchmal chaotisch scheinenden Welt zu bestehen, die eigenen Angehörigen zu schützen und eine generationsübergreifende Identifikation und Solidarität zu ermöglichen. Im rechten Weltbild geht es um Liebe, zur Heimat, zum eigenen Volk und Vaterland, zur Muttersprache und Mundart, um Respekt vor historisch Geworbenem, in seiner Mannigfaltigkeit, um staunende Zuwendung zu allem Schönen, harmonischen und geordneten und um die Wertschätzung der Vielfalt von Kulturen und Völkern. Zitat Ende. Ja, und ich möchte auch diesen Moment jetzt auch dazu, oder euch dazu animieren, dass wir jetzt gemeinsam, wer möchte, für unsere Demokratie, die jetzt am Topf hängt, die jetzt auf der Intensivstation liegt und um ihr Leben bangt, gemeinsam beten, wer da möchte. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir möchten, dann nächste Woche am Montag ist ja Pfingsten auch wieder um 18 Uhr gemeinsam mit uns hier den Spaziergang Wagen. Und wir sollten uns daran erinnern, dass zu Pfingsten schon ganz da oben die Stimmen kamen, die sich herabsenkten auf die Häufter von Jesus Jünger und sie in dem Moment wussten, dass sie auf dem rechten Weg sind. Und ich möchte mich nochmals bedanken für eure Geduld. Und wer möchte noch etwas sagen von euch? Ansonsten können wir jetzt weitergehen und ich möchte euch viel Kraft wünschen. Danke.